Herzlich Willkommen. Ja, ja, lange lang ist es her. Ähm, muss mein Kanal zu einer kleinen Runde Bad Wars. Mal 4 gegen 4. Mal schauen, was es so wird. Ist nicht allzu flüssig. Naja, mal schauen. Ähm... Ich behalte das den Rest erstmal. Ich bleibe doch in der Piste. Und gucke ich auch mit. Ähm, ja, bauen wir mal das Bett ein. Ist jetzt nicht allzu sicher. Einfach mal provisorisch. Da Blöcke hingesetzen. Rot baut sich auch schon in die Mitte. Unser blauer allerdings auch. Ja, wo baut sie sich denn hin? Ja, jetzt sind die anderen schon da. Dann ist er runtergefallen. Maximale Bauhöhe reicht mir super. Ach man. Nämlich habe ich da noch mit runtergekommen. Ähm, wenigstens das... Ist der eine jetzt halt durch, der Scheissdreck alter. Ah, jetzt geht der mir noch nichts. Na... Jetzt kommt der nächste. Wo ist er denn? Okay, der eine ist tot. Ja. Hm. Negativ. Ist denn kein Ausdruck dafür. Überraschung und ein paar Blöcke wieder. Weil... Wir haben überhaupt keine Verbindung zur Mitte. Äh, da mir ist ich jetzt nicht... Ja... Gut. Da kommt der erste schon. Sind zwei. Ja, der hat sechs Schaden kassiert. Ja, ich brauche noch ein bisschen für den Eisen gesperrt. Das wäre jetzt eigentlich auch ganz nett. Brauche ich noch vier Gold. Der erste Runden. Okay, er geht hier rein. Ah, hinter mir. Jetzt kommen da alle 38. Ach, Bescheid. Ja. Ja. Hm. Das war jetzt eine Runde, die doch eher... Ich will nicht sagen, schlecht. Ja. Was streiche ich einfach aus meinem Bett, was chronisch... Boah. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ähm. Auf ein neues... Es kann ja nur besser werden. Ähm. So. Hier ein paar Blöcke, eine Spitzsacke. Ist halt blöd, wenn die Eisen haben. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt durchkommen. So. Ist mir immer ein bisschen schneller. Okay. Bolle sich nach oben. Ja gut. Das macht er dann. Aber er scheint doch nicht. Na super. Okay. Ich suche mich mal hier hoch. So heimlich still und leid an der Seite vorbei zu sneaken. Ah, das ist ja scheiße. Ah, scheiß Dreck. So. Läuft wieder nicht so gut. Läuft wieder nicht so gut. Muss man ehrlich zugeben. Ah, falsche Paste. Alter. Mh. So. Läuft wieder hoch. So. Oder? Soll ich nicht wieder. Ich bleib mal auf der Brücke stehen. Falls der genau jetzt kommt. Ah, scheiße. Okay. Der ist jetzt durch. Ah, ne. Der ist jetzt durch. Der ist jetzt durch. Läuft nicht. Läuft nicht. Läuft nicht. Ähm. Wieder. Immer wieder dasselbe. Immer wieder dasselbe. Weil jetzt einfach bis ich Eisbrust schon hab. Ähm. Eisenschwert macht noch ein wenig Sinn. Ich mein, hier ist jetzt ständige hochbauen. Nervig. Bringt zwar was, aber hier kriegt man ja wieder Schaden. Mh. 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 Ey. So ne Scheiße. Mh. Ja, da ist der Kill. Eine Koryphäe. Eine Koryphäe. Eine Koryphäe. Schade, dass der Wettgamer nicht bei Blau spielt. Oh. Wo schießt der sich denn hin? Da kam ein Pfeil geflogen. Keine Unsichtbar. Ja. Bitte. Wir laufen. Aber ich hab ne einen auch weggekickt. Den Red Gamer 3M. So. Auf ein neues. Auf ein neues. Immer wieder rein. Ähm. Ehm. Ich könnte mich auch langsam mal versuchen, ein paar Emeralds zu bekommen. Ähm. Dias zu holen ist ja eher eher schwerer. Aha. Ich weiß auch nicht. Mal schauen wieviel er in... Okay. Die haben aber vom Bogen. Ähm. Ähm. Irgend... Also ich baue mich jetzt nicht so hoch. Bisschen Schaden. Einheit geht ja noch. Ja. Jetzt sind sie schon ein bisschen mehr. So. Ab nach oben. Fünf. Fünf. Ja. Ich brauche sechs, ne? Für... Vielleicht kann ich mir schon dann die erschwertun, aber es wird ja noch nicht vielleicht kaufen nicht. Und würde mir das dann erstmal wieder... Hier hat gerade jemand gelootet. Okay. Dann warte ich jetzt erst mal hier. Da. Was auch mal das bringt. Okay. Ja. Die haben halt einen Bogen. So. Es wird halt schwer da jetzt rein zu kommen. Aber ich gehe jetzt nicht mehr mit rein. Ich brauche mein Tier. Ich sneak jetzt hier. Und warte. Noch die paar wie Kühnchen. Schmack 2. Ein paar Sekunden. So. Und dann gehe ich hier zurück. Sechs Dears. Das ist eine... Äh... Sechs Emeralds. Das ist eine Gears. Wenn ihr gesagt lasst. Ähm... Das ist eine Hose. Äh... Also Rüstung. Lass mal nach oben kommen. So. Also wir sind auch erstmal safe. Ja. Und Diamant Rüstung. Dann... Ähm... Ähm... Ja. Bogen noch nicht. Ich fahre erstmal mit dem neuen Gold. Ich würde mir nochmal hier einen Feuerball holen. Und dann nochmal eine... Axt. Damit das schön... 1, 2... So. Mal schauen. Mal schauen. Wie das jetzt alles so wird. Mit der neuen Hose. Weißt du das? Nee. Jetzt sind Hose und Schuhe. Also das macht ja schon einen Unterschied. Eisenschwerter kickt auch nochmal richtig. Aber ich würde mir jetzt erstmal keins kaufen. Weil es doch dann eher wahrscheinlich bin, dass ich irgendwo sterbe. Ja, nach... Okay, ich unterstütze den mal. Nach kleinen Anführungsschwierigkeiten läuft das doch jetzt eigentlich ganz gut. Wurde jetzt runtergekickt. Ja. Schaut so aus, dass er irgendwie Unsichtbarkeit... Da wird schon wieder gescheißen mit der Irre. Ich muss den mit dem mit dem mit dem Bogen irgendwie runter könnten. Auf dem würde ich jetzt auch mal gehen. Also was ganz gut ist, man sieht die Pfeile immer sehr gut. Äh... Ich mach nicht diesen... Danke für den Pfeil. Okay, Feuerball bin ich jetzt eigentlich auch ganz gut geschützt. Ich hab mir noch... Feuerball... Hi, der Witzker. Ja, da kommt der nächste blaue. Alter. Okay, der wird jetzt getroffen. Ich guck mal, was der so macht. Okay, der wird jetzt getroffen. Gut, da gehen wir jetzt leider die Option aus. Geht der... Okay, okay, okay. Dann schieß ich mal den Feuerball da rein. Los, was ist? Der kriegt den... Ja. Schade, ja gut, ich bin jetzt tot, aber der Wett ist hoffentlich jetzt weg. Ach komm, zieh. Der eine... A-Fall wird auch gebaut. A-Kreise. Final Kill. Ja. Huiuiui. Da steht's dann 4 gegen 2. Okay, und jetzt macht's nämlich erstmal einen Goldapfel, zurück und regenerieren. Bisschen schneller. Ähm... Dann ein Eisenschwert. Dann hol ich mir nochmal einen Goldapfel. Den Rest gebe ich mal der Öffentlichkeit frei. Dann noch... Einen Feuerball und ein bisschen Wolle. So schön... Können immer dann anders haben. So, du kommst auf die 1, so auf die 2, so auf die 3, so auf die 4. So. Schade, dass es unser Weg ist. Ähm, hat man nicht allzu viele Optionen. Ähm... Ich hoffe, der eine mit nem Bogen hat's. Also... Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, sich Bogenpartikel zu holen. Man hat es immer sehr gut gesehen, konnte ausweichen. Okay, warte, 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 warte. Den krieg ich mit nem Feuerball. Und der fliegt hoch. Scheiße. Aber warte, ich könnte ihn mir wahrscheinlich jetzt nochmal einleiten. Nachfrage anwendet, sehr gut wird das Eisenschwert natürlich. Und die Rüstung. Ja. Ja, den müssen wir mit nem Feuerball runterhauen. Ja, okay. Au, au, au. Da waren jetzt 2 von uns weg. Ah, der kriegt vor uns. Feuerball. Die Draht sind zum Glück noch da. Wir haben Feuerball, dann krieg ich ihn jetzt vielleicht nochmal runter. Und eventuell noch nen Bogen. Mit dem Gold. So, auf Feuerball. Okay, er schießt erstmal. Okay. Er hat mich hochgeschossen. Okay, er ist in den Luft geflogen. Ah, brennt. Aber leider nicht ganz runter. Doch. Ja. Wunderbar. Da mein Pferd. Ähm. Ich hab insgesamt 4 Kills. War das jetzt beide meine? War dann noch einer. Ne, super. Der eine ist aus der Welt gefallen. Wunderbar. Wunderbar. Da ist der Sieg. Da ist der Sieg. Am Ende dieser heutigen Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.